Zittergriffel hier. Ein Verkehrsstress. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe gerade was gesehen. Hier halte ich mal an. Am Rhein. Hinten sieht man auch schon den schönen Kraftwerk hier. Da hinten haben wir dann auch den Sende-Turm. Das wirkt jetzt ein bisschen klar, als wir dann gehen. Und haben hier dann das ganz große Stück Wasser. Ich dachte, ich melde mich mal kurz inzwischen. Morgen geht es nach Hause. Da sind wir mal spannend. Da habe ich nämlich was, was ich bei YouTube hochladen kann. Ein bisschen kaputt, weil wir waren eigentlich so gesehen zwei Nächte jetzt auf Tour. Insgesamt der Reichsschuh gepennt oder so. Und ja, in diesem Sinne bin ich dann mal raus und muss weiter. Und man fühlt sich die nächste Zeit. Ich muss jetzt erstmal wieder los. Jetzt wird das gar nichts. Headset einstecken, Navi starten. Los. Ja, das ist mein Helm. Ja, also vergessen. Helm aufsetzen. Mal ganz weiter gehen. Ich bin aber auch im Arsch. Ich sag euch das. Oder habe ich bis jetzt gebucht gehabt. Probleme hatten wir keine großen gehabt. Außer Verkehrsstaus in diesem Verkehrsstaus. In diesem Sinne bin ich aus.